Wir stellen den Mitarbeiter in den Mittelpunkt unserer Personalarbeit. Für uns ist es wichtig, dass seine Employee Journey einzigartig ist und dass bei jedem Touchpoint, den er mit Santander hat, vom Anfang, von dem ersten Kontakt als Bewerber bis hin zum Austritt, dann versuchen wir ihn als Alumni zu verwenden. Die Top-Employer-Zertifizierung hilft uns dabei, kontinuierlich unsere Prozesse britisch zu hinterfragen und im Vergleich zu Wettbewerbern einfach zu schauen, welche Stellschrauben wir noch drehen können, damit seine Employee Journey noch besser wird.